So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Starzeit. Ja, was ist denn hier nur los? Hoch die Hände, Wochenende. Wir schauen mal hinein ins Wochenende. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Na, ich hoffe, deine Woche war gut. Du bist ein bisschen bei dir geblieben, hast du Negatives von dir weggeschafft, geräumt, geschmissen, ja, alles raus, was keine Miete zahlt. Von daher hoffe ich, deine Woche war gut. Und jetzt wollen wir auch mal schauen, was gibt es denn da am Wochenende Schönes für uns? Und ich habe eine Ankündigung zu machen, da ja aktuell rund um uns herum alles ein bisschen teurer geworden ist. Das geht beim Supermarkt an. Ne, Benzin geht ja gerade noch so. Aber Unterhaltskosten, was man denn da so um sich herum hat, ist gestiegen. Und was macht dann der Patrick? Ich komme euch natürlich entgegen, weil das Thema Liebeskummer, Herzschmerz, ja, Sehnsucht ist ja trotzdem noch da. Und deswegen bin ich jetzt mal mit meinen Preisen runter. Ja, genau. Das heißt also, ich bin mit allen Preisen runtergegangen für meine ganzen Readings, die ich da so anbiete. Plus Telefon-Reading habe ich sogar ein bisschen mehr noch gesenkt. Das heißt, ich bin jetzt vormittags auch ja zu Hause. Das heißt, hier ist es, das Telefon-Reading kostet jetzt nur noch 69 Euro statt 89 Euro. Mit dem normalen Reading, was auch schon sehr aussagekräftig ist, von 69 auf 59 Euro runter. Das erweiterte Reading, wo ich ja zwei Legungen mache. Einmal jetzt, einmal was kommt, von 79 auf 69. Und das große Blatt ist runtergegangen auf 79 Euro statt 89 Euro. Ich glaube und ich hoffe, ich kann einigen da von euch ein bisschen entgegenkommen, weil ich eben in der letzten Zeit öfters mal mitbekomme, dass man sagt, ja, ich muss noch bis zum Ersten warten oder jetzt noch nicht oder oder. Deswegen komme ich euch da natürlich gerne entgegen. Leben und leben lassen heißt es ja immer so schön. Na, okay. Wir schauen aber in die Energien rein. Was bringt denn da das Wochenende so? So, wir wollen schauen und sind gespannt. Ja, wir haben kein Bild. Was ist die? Ach so, wahrscheinlich ist der Akku leer. Ja, dann geht es auch schon los. Akku ist da, Akku ist voll und wir schauen mal in die Karten rein. Was sieht, wieso ist das hier eigentlich so komisch krumm? So, da dreht ja gleich wieder mein kleiner Monk am Rad. So, schon besser. Also, wir schauen in die allgemeine Energie am Wochenende. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Vielleicht hast du schon Pläne, na, fürs Wochenende Party hart auf einem Festival in die Disco oder du sagst, nee, ich mache mir jetzt hier mal einen gemütlichen, na, ich bin mal entspannt und ja, Wetter ist ja eh nicht gerade das Beste. Oder mach mal zu Hause ein paar Dinge, die ich mir im Sommer vielleicht aufgehoben habe. Da ist auch schon der Turm, ja, das kann auch dein eigener Rückzugsort sein, ne? Also, du darfst dich auch mal von Dingen zurückziehen. Du musst nicht immer zuschauen und warten, bis sich irgendwas oder irgendwer zurückgezogen hat, sondern vielleicht am Wochenende das Thema, dass du auch mal in deinem Turm da oben es dir gemütlich machst, ja, auch mal Zeit für dich hast, dir Gutes tust, vielleicht auch mal, ich nehme mal das berühmte Beispiel Therme, dass man da sagt, okay, ich gehe mal einen Wellnessnachmittag machen, ja? Und die Aufgabe ist klar, ja, da liegt ja das Kreuz auch schon, das ist immer eine Aufgabe, da gibt es etwas zu tun mit der Karte der Entwicklung und der Feder. Das ist ja ein schöner Gruß aus der geistigen Welt. Das ist aber auch die Leichtigkeit, dass du am Wochenende, ja, so wie es mir hier jetzt ausschaut, die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten, für dich in deine eigene Leichtigkeit zu kommen, ne? Hast vielleicht auch unter der Woche viel gemacht, viel geschafft, viel erledigt, ne? Wo du sagst, ja, ich kann mir schon auch mal selber auf die Schulter klopfen an der Stelle und haben mir am Wochenende vielleicht auch mal etwas Ruhe verdient, ne? Das darf ja auch mal sein. Man muss nicht immer performen, man muss nicht immer funktionieren, man muss nicht immer für andere da sein, ne? Selbstfürsorge ist da ja auch immer ein großes Thema, ne? Ja, so, dann schauen wir mal, was in der Liebe am Wochenende so zu sehen ist. Vielleicht kommst du ja auch auf neue Lösungen oder vielleicht gibt es Kommunikation mit dem Wunschpartner von der Couch aus und wir schauen mal, ja, der Mond, da denkt vielleicht schon jemand an dich, ja? Das sind die Gedanken, das sind die Wünsche, die Emotionen, die Intuitionen, die Sehnsüchte, ja, in Bezug auf die Liebe am Wochenende, ja? Vielleicht auch gerade jetzt, wenn es ein bisschen in Richtung Selbstreflexion geht, wenn du sagst, ich tu mir mal Gutes, ja? Darfst du dir vielleicht auch mal drüber Gedanken machen, na? Ob du in der Liebe, ja, schon auf einem guten Weg bist, ne? Ob du da alles richtig machst oder ob es auch richtig läuft, ne? Der Fuchs ist ja hier auch ein schlaues Tier, der sagt, ja, sei schlau, schau mal immer schön auf deinen Weg, na, dass das vorwärts geht, weil ich glaube, am Wochenende gibt es hier irgendwie eine Entscheidung Richtung Harmonie, da ist ja der Weg, die Wege, die Entscheidungen und die Blumen, das sind Komplimente, Aufmerksamkeit, Harmoniewachstum, also schöne Karten an der Stelle, wo der Fuchs sagt, sei schlau, fahr deine Antennen aus, na, hier warten gute Nachrichten in der Liebe am Wochenende und vielleicht ein neuer Weg, ein anderer Weg, ja, in Richtung, ich bin mal langsam ein bisschen angekommen jetzt in der Liebe, ne? Hab gerade so das Gefühl, dass es bei dir momentan nicht so die leichteste Zeit ist rund um die Liebe, von daher darfst du dann auch deine Antennen ausfahren am Wochenende und sagen, dit, 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 wo sind die guten Energien, wo ist der Wunschpartner? So, dann schauen wir jetzt mal bei dir rein, was ist ganz besonders richtig und wichtig für dich am Wochenende? Naja, die Lilien, Sexsinnlichkeit und Romantik, wenn du niemanden zum Sex machen hast, dann ist das natürlich auch mal die Karte für das innere Gleichgewicht. Und, na, dass du auch hier, hier, wie wir es da oben schon gehabt haben, sagst, okay, ich darf auch mal für mich selber da sein, ne? Ich darf auch mal jetzt am Wochenende oder am Samstag oder Sonntag sagen, so, jetzt mach ich mal was für mein Wohlfühlen. Was wollte ich schon lange mal machen? Worauf hab ich eigentlich schon lange mal Lust? Na, und das mach ich dann auch einfach, na, mit dem Brief, mhm, okay, da gibt's die Kommunikation und, aha, okay, in deinem Turm, schau mal an, da ist jetzt auch schon wieder der Turm gefallen, in deinem Turm, wenn du da oben sitzt und machst es dir gemütlich, darfst du auch mal schauen, wo sind denn vielleicht momentan in deinem Leben ein bisschen die Schwierigkeiten, Hürden und Blockaden? Wir sind ja alle immer irgendwo unterwegs und sagen, ja, da nervt's, da ist es schwierig, da ist anstrengend, da hab ich jetzt eigentlich gerade auch gar keine Lust drauf, ne? Also auch mal so ein bisschen, glaube ich, das Wochenende diesmal ganz im Zeichen von, ja, dass du auch mal in deinen eigenen Turm darfst, um dich zurückzuziehen, von Dingen, die dich hemmen und bremsen. Und das darfst du natürlich auch kommunizieren. Da ist ja der Brief noch gefallen, ja, das ist ja die Kommunikation. Also, sollte das mit einem Menschen zu tun haben, glaube ich, dass das Thema auch für dich ganz persönlich ist. Kommuniziere ruhig mit dem Menschen, von dem du dich vielleicht zurückziehst oder dem Thema, von dem du dich zurückziehst. Es wird gut sein für dein inneres Gleichgewicht. Na, also, in der Liebe schaut's gut aus, für dich selber Thema ganz, ganz groß. Zieh dich mal zurück, komm mal gedanklich zu dir in Bezug auf deine Themen, vielleicht auch Schwierigkeiten aktuell und dann darfst du mit neuer Energie nach vorne. Weil neue Energie, ja, die geistige Welt sagt ja hier auch, die Blumen, das ist ja, wie gesagt, Harmonie und Wachstum. Das ist auch Selbstwert und Selbstliebe. Und auch hier nochmal das Kreuz an der Stelle, da gibt's immer etwas zu tun. Und zwar, dein Kreuz ist da anzuschauen, wo trägst du denn vielleicht unter der Woche oder im Alltag eine Maske, ja, und sagst vielleicht auch hier und da immer mal Ja, wo du eigentlich Nein sagen willst, ne. Und wo bist du in Situationen, in denen du vielleicht normalerweise anders gehandelt hättest. Kennt man ja, ne. Man ist in einer Situation, dann will einer was, dann sagt man, ha, ha, ja, ja. Und danach denkt man sich, na, hätte ich da mal eigentlich Nein sagen müssen, ich Idiot. Ne, ich kenn's auch. Und es geht ums große Glück. Glück, also, geistige Welt sagt schon, für dein großes Glück am Wochenende auch mal schauen, wo hast du denn die Maske auf und wo bist du denn in einem Thema drin, in dem du gar nicht sein möchtest. Vielleicht hat das gar nichts mit dir zu tun, ne, bist bloß Mitwisser, ne, das kommt ja auch ganz oft vor. Also, der Weg zum Glück, zur Harmonie ist ganz, ganz klar. Da darfst du auch mal in deinen eigenen Turm. So, und jetzt schauen wir auf jeden Fall nochmal, was ist denn hier mit den Eulen los? Was sagt die Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karte-Entdeck-Karte? Die sagt, man muss mich nicht unbedingt verstehen. Liebhaben reicht schon. Ja, siehst du mal. Und da, wenn du deine Sachen mal am Wochenende beschließt für dich selbst, wie es für dich in dem einen oder anderen Thema weitergeht, das muss nicht unbedingt jeder verstehen. Die Welt muss einen nicht immer verstehen. Die, die dich lieb haben, die, die dich schätzen und die dich wertschätzen, die werden auch Verständnis dafür haben, wenn du sagst, hey, ich tue mir jetzt mal in nächster Zeit selber Gutes, ich bin mal für mich da, ich habe jetzt entschlossen, vielleicht in den Herbst hinein, mal das ein oder andere Thema, was ich habe, von der Backe zu schaffen, bin dann also mal mit mir selber beschäftigt und die Leute um dich herum, die dich lieb haben, die werden das auch verstehen. Die sagen, okay, kein Ding, melde dich, kann ich dir vielleicht auch helfen oder, oder, oder. Und die Leute, die sagen, hey, was ist denn mit dir los? Und, naja, die kannst du dann gleich hier mal so ab, aussortieren, weg damit. Ist das Kunst oder kann das weg? So, wünsche dir auf jeden Fall mal ein ganz, ganz tolles Wochenende, viele, viele schöne Momente, genieß die Zeit, tu dir Gutes und dann, ja, sehen wir uns ja, ich glaube hier spätestens dann am Montag wieder oder am Wochenende kommt mal ein schönes Selbstliebe-Video, hier oder auf Angel Readings. Ciao!